So, meine Damen und Herren, es ist Schlag 11 Uhr. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte Sie zunächst alle einmal recht herzlich auch im Namen der Verwaltung des Deutschen Bundestages begrüßen. Wir sind hier zu einer der ersten Veranstaltungen im Rahmen der Feierlichkeiten, zur ersten Sitzung des ersten Deutschen Bundestages am 7. September 1949, damals noch in der Bundeshauptstadt Bonn. Wir begehen jetzt das 75. Jubiläum, den 75. Geburtstag und dabei wollen wir uns natürlich mit den verschiedenen Fragestellungen beschäftigen. Das Arbeitsparlament Deutscher Bundestag ist ja unterteilt in 25 Ausschüsse und vielleicht der Königsausschuss, wenn ich das mal so sagen darf, ist der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages. Die vormalige Bundeskanzlerin, Frau Dr. Merkel, hat das mal bei einer Gelegenheit gesagt. Es ist immer noch das Königsrecht des Deutschen Bundestages über die Ein- und Ausgaben des Staates zu befinden, deren Grundlage ja aus dem Bundesfinanzministerium der Exekutive kommt und die dann hier im Hause beraten und mit parlamentarischer Mehrheit beschlossen wird. Und vielleicht lassen Sie mich, bevor wir in die Debatte einsteigen, ganz anders anfangen. Zehn Tage vor dieser ersten Sitzung des ersten Deutschen Bundestages 1949 war der 200. Geburtstag des großen Universalgelehrten Johann Wolfgang von Goethe. Und der hat in seinem berühmten Faust einmal gesagt, nach Golde drängt, am Golde hängt doch alles. Vielleicht können wir das ja ein bisschen als Motto machen. Das ist ja nicht nur ein Motiv der heutigen Zeit in der parlamentarischen Demokratie, in der wir leben. Sie alle, Frau Hagedorn, meine Herren, Sie haben jetzt die Aufgabe, genau darüber zu entscheiden, wie ist es nun nicht mit dem Gold, aber wie ist es mit dem Geld, wie sieht es aus mit den Staatsfinanzen, wodurch werden Steuern generiert, wofür werden Steuern ausgegeben. Wir wollen uns aber auf den zweiten Fragekomplex erst einmal beziehen und da möchte ich zunächst einmal das Wort erteilen und herzlich begrüßen die stellvertretende Vorsitzende des Haushaltsausschusses, Frau Hagedorn, hier für die SPD-Fraktion. Zu ihrer linken sitzt dann der Herr Bartsch aus der Gruppe des Bündnis Sarah Wagenknecht, gefolgt von... Die Linke, dann... Ach, ich nur wieder. Ja, das ist ja schon mal Punkteabzug hier. So, dann kommt der Herr Habst, jetzt für die FDP-Fraktion, Herr Böhringer für die AfD-Fraktion, Herr Dr. Schäfer für die Bündnis 90 Die Grünen und Herr Feiler für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, wir gehen gleich in medias res, Frau Hagedorn, an Sie zunächst einmal die Frage, wofür... Das ist ja unser Leitmotto, wofür werden unsere Steuergelder verteilt? Da vielleicht eine kurze Einschätzung, was Ihnen besonders wichtig ist, wichtig erscheint und wie überhaupt das regulativ dazu ist. Wie kann man das steuern mit der Verteilung von Steuern? Jetzt müssen wir mal gucken, uns... Ich nehme Ihres. Ja, schönen guten Morgen allerseits. Das ist eine sehr allgemeine Frage. Ich gehöre seit 22 Jahren dem Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages an. Die Frauen sind hier oben nicht so richtig breit vertreten, wie Sie sehen können, was etwas damit zu tun hat, dass leider immer noch Frauen oder viele Frauen, viele Politikerinnen von dem Finger Finanz- und Haushalt die Finger lassen. Dabei ist es der wichtigste Ausschuss, auch nach meiner Meinung überhaupt, da kann man am meisten steuern. Allerdings, jetzt komme ich auf Ihre Frage, ist ein großer Teil des Haushaltes gesetzlich festgelegt. Wenn ich zum Beispiel an den größten Einzelplan denke, das ist der ELFA, das ist das Ressort des Arbeits- und Sozialministeriums. Dort ist die Finanzierung der Rente gesichert. Dort ist die Finanzierung der Bundesagentur für Arbeit gesichert. Und all diese Leistungen, die daraus stammen, sind gesetzlich festgelegt. Da kann man nicht sagen, da legen wir noch eine Schippe drauf oder da nehmen wir mal ein bisschen was weg. Sondern die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger haben hier einen Rechtsanspruch. Und insofern, wenn wir den Haushalt so betrachten, was alles gesetzlich festgelegt ist, dann ist der tatsächliche Spielraum wirklich nicht so groß, wie man denkt. Wir reden immer über Milliarden. Ja, das stimmt, das ist viel Geld. Aber im Verhältnis zu der Größe des Bundeshaushaltes insgesamt, ist der Spielraum dann doch nicht mehr ganz so groß. Wir legen in den letzten Jahren zunehmend, und zwar schon unter der letzten Regierung, auch unter dieser Regierung, den Schwerpunkt auf Investitionen. Das ist für unser Land super, super wichtig. Wir müssen den Unternehmen in unserem Land Planungssicherheit über langfristige Sicherung von Investitionen in ihren Bereichen geben, damit sie hier investieren, damit sie die Arbeitsplätze erhalten und damit wir eine der größten Exportnationen dieser Welt bleiben, weil davon hängt unser Wohlstand ab. Ja, Frau Hagedorn, Sie legen schon, ich höre das heraus, schon mal ein Schwergewicht auf die Verbesserung, Förderung von Infrastruktur, auch der wirtschaftliche Aspekt. Wie sehen die Herren das? Unterstützen Sie das, Herr Bartsch? Ich gehe einfach mal der Reihenfolge nach. Das ist ja schön, dass Sie die Reihenfolge nehmen und nicht die Größe. Da bin ich mal weit vorne. Also ich stimme Frau Hagedorn insoweit zu, der Haushalt der Bundesrepublik Deutschland klingt sehr gewaltig, mehrere hundert Milliarden und Fakt ist, dass sehr, sehr viel gesetzlich gebunden ist, wo man wenig Gestaltungsspielraum hat. Trotzdem ist es so, dass dieser Haushalt natürlich nicht nur das Königsrecht ist, sondern da werden Entscheidungen über die Zukunft des Landes getroffen. Und ich, im Gegensatz jetzt zu Bettina Hagedorn, kritisiere, dass wir zum Beispiel viel zu wenig in die Zukunft investieren. Und da ist ein großes Thema natürlich, wie wollen wir politisch agieren? Das unterscheidet die politischen Formationen. Wo werden Schwerpunkte gesetzt? Ich bin auch der Auffassung, dass wir nicht etwa im sozialen Bereich, in der Infrastruktur sparen sollten. Aber zum Beispiel bei den Ausgaben für Verteidigung, da ist diese permanent zu steigern in einer Krisensituation, da finde ich, ist ein Problem. Deswegen, ja, Haushaltsausschuss hat das Königsrecht. Die Summen, die wir dort bewegen, sind gewaltig. Aber wir müssen über die Rahmen nachdenken, sprich über die Einnahmen reden, über das Thema Schuldenbremse reden und über die Perspektive. Das ist Aufgabe des Haushaltsausschusses. Und gestatten Sie mir einen letzten Satz. Natürlich haben Haushälter in gewisser Hinsicht eine gemeinsame Fraktion. Denn die Fachpolitiker, ob es Verkehrspolitiker, Sozialpolitiker oder, oder, oder sind, die haben natürlich ganz, ganz viele Ideen, was man noch alles machen könnte. In der Regel vernünftig oder, sagen wir mal, unterschiedlich bewertet. Und Haushälte haben die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, danach zu schauen, was sind die Einnahmen, was sind die Rahmen und wo setzen wir Schwerpunkte. Ja, ich sehe schon, bevor ich Ihnen das Wort gebe, Herr Feiler, Sie sehen schon, jetzt haben wir schon zwei Stichpunkte, Infrastruktur und Verteidigungspolitik. Ich denke, bis wir bei Ihnen angekommen sind, werden die übrigen Herren noch weitere Punkte hinzufügen. Also auch wenn ich Ihnen zuletzt das Wort erteile, aber Sie dürfen dann tatsächlich auf alle antworten. Das könnte auch wieder ein Vorteil sein, nicht? So, Herr Habst, für die Liberalen, wo sind Ihre Prioritäten? Wie sehen Sie das? Jetzt ist von Zukunft, Infrastruktur, Verteidigung die Rede. Was ist Ihr Akzent? Ja, unsere Einstellung ist relativ klar. Wir legen natürlich Wert darauf, dass viel investiert wird. Dort, wo der Staat auch investieren muss, was die Bürger ja gar nicht machen können. Beispielsweise im Bereich der Verkehrsinfrastruktur. Als Privatperson kann ich jetzt irgendwie keine Straßen bauen oder Gleise sanieren. Das muss der Staat machen und ich glaube, da ist in den letzten Jahrzehnten viel zu viel liegen geblieben. Ich sage es mal für den Bereich der Autobahn, weil das jeder aus der eigenen Anschauung kennt. Wir haben 4000 Brücken, die in den nächsten zehn Jahren saniert werden müssen. In den vergangenen Jahren haben wir so pro Jahr so 150, 160 Brücken geschafft. Das heißt, wir müssen das mehr als verdoppeln und dafür brauchen wir das Geld. Das Geld wird jetzt auch eingestellt und man muss aber Prioritäten setzen. Und bei allen Gemeinsamkeiten, die wir im Haushaltsausschuss haben, und da geht es auch nicht immer Oppositionsparteien gegen Koalitionsparteien, sondern ich glaube, wir sind uns einig, wenn Ministerien uns beispielsweise Informationen nicht rausrücken, da gibt es dann ganz schnell einen gemeinsamen Chorgeist, dann auch die Ministerien in Anführungsstrichen zu bestrafen, die uns nicht die Informationen liefern, die sie liefern sollen. Aber trotzdem, es gibt auch Unterschiede. Und es gibt sicher auch politische Kräfte hier, die ja auf der Bühne sitzen, die sagen, der Staat braucht mehr Geld. Wir gehören der Fraktion an, die sagt, der Staat muss mit dem Geld, was er hat, auskommen. Denn auch, was wir investieren als öffentliche Hand in Deutschland, das sind nicht nur Bundestag, das sind ja Länder und Kommunen auch, macht ja nur 15 Prozent des gesamten Investitionsvolumens aus. 85 Prozent investiert die Wirtschaft und für die brauchen wir attraktive Rahmenbedingungen. Da müssen wir auch steuerlich entlasten, damit die die Kraft haben, um den Freiraum zu investieren. Und da haben wir als Staat auch wieder mehr Geld, wenn die Wirtschaft läuft. Ja, Herr Böhringer, das Wort ist an Ihnen. Ja, danke, Herr Wagner. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich möchte auch noch mal aufgreifen, was eben schon gesagt wurde. Der 7. September 1949, heute vor genau 75 Jahren, eröffnet in Bonn wurde die Sitzung durch Paul Löbe. Und Sie sitzen im Paul-Löbe-Haus, ein SPD-Politiker damals, vielleicht auch eine interessante Koinzidenz. Dieser Paul Löbe saß auch schon in der Weimarer Republik im Parlament. Da hatte er nicht so ganz die glücklichen Finanzgesetze vor sich. Es gab aus verschiedenen Gründen, die jetzt nicht nur mit den Gesetzen, sondern auch mit den Umständen nach dem Ersten Weltkrieg zusammenhingen, starke Verschuldung. Und natürlich die Hyperinflation, dann 1929, dann auch noch die Weltwirtschaftskrise, alles nicht so schön. Er hat aber 1949 dann die Sitzung bereits nach dem Grundgesetz eröffnet, das ja damals so drei, vier Monate alt erst war. Und da gibt es den Artikel 110, auf dessen Basis wir hier auch arbeiten, auch im Haushaltsausschuss. Einnahmen und Ausgaben müssen ausgeglichen sein. Es ist ein Sonderthema, was man den Leuten immer erklären muss, dass Schulden als Einnahmen gelten. Dazu kommen wir vielleicht nachher noch in einer weiteren Runde, nachher, das will ich jetzt nicht vorwegnehmen. Aber deshalb ist eigentlich per Definition jeder Haushalt seit 1949 immer ausgeglichen, weil man eben auch Schulden machen kann. Es war aber nur ganz selten der Fall, dass wir wirklich keine Schulden gemacht haben. Die Verschuldungsfreiheit ist aber nicht erfunden worden 1949, sondern schon 1850 in der ersten kodifizierten deutschen Verfassung drin gewesen. Das war die preußische, also hier in Berlin. Und damals gab es schon einen sehr ähnlichen Artikel wie den späteren Artikel 110 Grundgesetz. Einnahmen und Ausgaben müssen ausgeglichen sein. Natürlich war das damals fast schon zwingend vom Geldsystem vorgegeben, denn das war ja die Zeit des klassischen Goldstandards und es war gar nicht so einfach, für den Staat Schulden zu machen. Und das wusste der, ich glaube Friedrich Wilhelm damals auch und sein Sohn Friedrich der Große, die wussten das und sie mussten danach leben. Und ja, so war das dann auch. Goethe, weil Sie vorhin Goethe zitiert haben, hat übrigens auch Monarchenkritik geübt. Er hat also gesagt, die Monarchen, sie wollen alle Tage sparen und sie brauchen doch alle Tage mehr. Also an dieser Stelle, es war die Monarchie und die Demokratie, wie wir sie heute haben, die parlamentarische Demokratie, gar nicht so unterschiedlich. Es ist das Königsrecht des Haushalts, weil es eben von den Königen übernommen wurde durch die bürgerlichen Parlamente. Da stehen wir heute und die Schwierigkeiten sind aber wie zu goetheischen Zeiten immer noch da. Ja und Geldfragen sind immer noch Machtfragen, genauso wie sie es damals vor 200 und vor 150 Jahren waren. Ich belasse es mal für das Eingangsstatement dabei. Gut, Herr Böhring. Herr Dr. Schäfer. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich will zunächst mal betonen, dass wir hier natürlich für die Bundesebene sprechen, aber dass unser Staat viel mehr ist als diese Bundesebene. Thorsten Herbst hat das angesprochen. Wir haben die Kommunen, die viel stärker die Lebenswirklichkeit von Ihnen, von uns allen mit ihren Entscheidungen betreffen. Wir haben die Länder, die wichtige Verantwortung haben, gerade im Schulbereich, im Kultusbereich. Und wir haben dann eben den Bund. Die besondere Aufgabe, die wir im Bund haben, ist es nicht nur Entscheidungen zu treffen, die die Kompetenzen, die in der Verfassung geregelt sind, für den Bund zu regeln, sondern wir geben eben auch den Rahmen vor. Also wir können über Einnahmen entscheiden, Steuergesetzgebung, das ist dann im Finanzausschuss und über die Ausgaben des Bundes. Aber wenn wir über Einnahmen entscheiden, müssen wir uns ganz häufig auch mit den Ländern absprechen. Das funktioniert dann über die Zustimmung der Länder im Bundesrat. Die Länder können aber viel weniger ihre Einnahmenseite beeinflussen. Dafür brauchen sie immer uns. Und das ist eben die besondere Aufgabe, die wir als Bundespolitikerinnen und Bundespolitiker haben. Für uns, für meine Fraktion, ist die Frage der Generationengerechtigkeit eine sehr wesentliche. Das heißt, für uns ist das Motto, wir wollen den zukünftigen Generationen noch die Freiheit geben, politische Entscheidungen selbst zu treffen. Das heißt, zum einen natürlich wollen wir einen Planeten hinterlassen, der lebenswert ist. Aber wir reden heute über Finanzpolitik. Das bedeutet natürlich auch, dass die finanzielle Freiheit gewährleistet sein muss. Finanzierungsverschuldung darf sich nicht so entgrenzen, dass man nur noch mit den Zinsen und mit den Zinszahlen beschäftigt ist. Deshalb halten wir eine Schuldenregelung grundsätzlich für richtig, sehen aber, und da geht es dann ins Detail, dass in der aktuellen Schuldenbremse da das Korsett doch sehr eng ist und wir da etwas mehr Luft zum Atmen brauchen. Ja, Herr Feiler. Ja, auch von meiner Seite erstmal einen schönen guten Morgen. Das Thema lautet, was passiert eigentlich mit unseren Steuergeldern? Dazu ist erstmal zu sagen, diese Gelder des Staates gehören nicht der Bundesregierung, die gehören auch nicht uns, dem Deutschen Bundestag, sondern das Geld gehört Ihnen. Und deswegen ist das, was wir machen als Haushaltsausschuss, eine enorm wichtige Aufgabe, dass wir Gelder herausgeben für bestimmte Dinge. Bettina Hagedorn hat es angedeutet, es gibt verschiedene Ministerien, die dann die entsprechenden Gelder auch bekommen. Und da gibt es innerhalb der Koalition und zur Opposition sicherlich den einen oder anderen Unterschied. Das ist so, weil wir andere Prioritäten haben und für mich oder für meine Fraktion ist es jetzt mal wichtig, und das hat der Kollege der FDP auch angedeutet, wir brauchen Wirtschaftswachstum. Rings um uns herum wächst die Wirtschaft, bei uns stagniert sie beziehungsweise schrumpft. Und wenn man als Staat mehr Geld vereinnahmen möchte, dann muss die Wirtschaft wachsen. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass wir alles dafür tun, dass die Wirtschaft entsprechend wächst. Von dem Wirtschaftswachstumspaket, was jetzt verabschiedet wurde, 49 Punkte, sind derzeit gerade mal fünf in der Umsetzung. Das ist deutlich zu wenig, das muss deutlich schneller gehen. Und der zweite Punkt ist natürlich das Thema Sicherheit. Da unterscheiden wir uns beispielsweise von den Linken. Wir möchten, dass die Bundeswehr für unsere Sicherheit gut ausgerüstet ist. Und da muss natürlich auch das nötige Geld zur Verfügung gestellt werden. Ebenso natürlich im Bereich der inneren Sicherheit, Bundespolizei, Grenzsicherung. Das sind alles Dinge, wo wir Geld ausgeben müssen. Und wir sehen natürlich auch, dass wir kein Einnahmeproblem haben, sondern ein Ausgabeproblem haben. In meinen Augen oder in unseren Augen hätte der Koalitionsvertrag nach dem Angriffskrieg von Russland, von Putin, auf die Ukraine in die Ecke gehört. Man hätte neue Prioritäten setzen müssen. Das hat die Koalition nicht gemacht. Und jetzt ist es halt so, dass es da ein bisschen Streit gibt bei der einen oder anderen Angelegenheit. Und ich hoffe, dass wir zu guten Lösungen jetzt im 2025er-Haushalt kommen, weil das ist wirklich entscheidend für die Zukunft unseres Landes. Also Wirtschaftswachstum, ganz vorne an. Ja, meine Damen und Herren, lassen Sie mich das kurz zusammenfassen. Jetzt müssen Sie ja wissen, dass die parlamentarische Arbeit für Sie ja eher eingänglich ist durch die öffentliche Debatte im Plenarsaal. Da geht es gelegentlich etwas, ich darf das mal sagen, hemmt es ärmeliger zu als im nichtöffentlichen Haushaltsausschuss. Sie haben ja eine weitaus pragmatischere Ebene als in der öffentlichen Auseinandersetzung. Und wenn ich jetzt höre, dass Sie ja in ganz vielen Dingen auch über die Ampelkoalition und die Oppositionsparteien Übereinstimmung signalisieren, ist ja jetzt die Frage der Gewichtung. Das ist ja das Punkt. Sie alle wollen ja aus Ihrer Position das Beste für das Volk. Sie, Herr Dr. Bartsch, haben es ja gesagt, das ist ja das Geld, das nicht Ihnen gehört. Aber Sie sind ja gemäß Grundgesetzes beauftragt, das Geld zu verwalten. Also Sie haben ja schon alle den Auftrag. Aber jetzt ist die Frage, wenn wir uns damit beschäftigen, Sie haben verschiedene Wünsche, überschneidende Wünsche geäußert, wie regeln wir das jetzt, wenn nur eine bestimmte Summe Geldes zur Verfügung ist, aber die Notwendigkeiten, Herausforderungen, Bedürfnisse mehr und höher sind als das Geld. Wie kann man das regulieren? Und dafür Sie, Frau Hagedorn, jetzt oder an Sie die Frage, Ja, es ist ja verfassungsgemäß auch vereinbart eine Schuldenbremse. Vielleicht können wir uns über dieses Schlagwort, das ja öffentlich auch bekannt ist, mal einmal nähern. Und wie stehen Sie jetzt dazu als Haushaltsausschussvorsitzende, aber auch gleich, da sind Sie ja politisch neutral, aber Sie dürfen ja jetzt natürlich auch eine SPD und müssen ja auch eine SPD-Fraktion beziehen. Wie stehen Sie dazu? Ist das richtig? Wenn nicht, was sollte man aus Ihrer Sicht tun? Ja, als ich anfing, dem Haushaltsausschuss des Bundestages anzugehören, hatten wir eine rot-grüne Regierung und der Finanzminister hieß Hans Eichel. Sein Nachfolger war Peer Steinbrück, dann kam Wolfgang Schäuble, dann kam Olaf Scholz, jetzt ist Christian Lindner da und ich habe sie alle live erlebt. Und darum will ich an dieser Stelle sagen, ja, ich war dabei, als wir 2008, 2009 die Schuldenbremse eingeführt haben und ich habe es aus tiefster Überzeugung mit Ja gestimmt und ich habe es auch immer verteidigt und für richtig gehalten, dass wir das damals so gemacht haben. Wir hatten damals aber eine andere Zeit. Wir hatten 40 Milliarden Euro Zinsen zu zahlen bei einem Haushalt, der ungefähr halb so groß war wie der jetzige und diese Zinslast hat uns erwürgt. Sie hat uns das Geld genommen für Investitionen und für Zukunftsaufgaben, die für unser Land wichtig waren. Und darum, das war einer der Gründe, wir hatten eine Finanz- und Wirtschaftskrise, 2008, 2009. Sie werden sich vielleicht noch dunkel erinnern, das war die Zeit, als wir diese Schuldenbremse ins Grundgesetz eingeführt haben. Letzten Endes, um vor allen Dingen zu verhindern, dass ein Habitus, der sich seit 1967 hat, es kein Bundeshaushalt gegeben ohne neue Schulden. Und dabei hat sich eingeschlichen, dass man gerade im konsumtiven Bereich immer mehr Geld ausgegeben hat und immer weniger für Zukunftsinvestitionen da waren, weil die Zinsen so hoch waren. Das ist über 15 Jahre her und ich finde es richtig, wenn Politiker allgemein gesprochen ihre Gesetze nach 15 Jahren, 20 Jahren überprüfen, ob sie überhaupt noch den aktuellen Rahmenbedingungen entsprechen. Und dabei müssen wir ganz klar sagen, nein, tun Sie nicht. Ich stehe zur Schuldenbremse, aber ich stehe vor allen Dingen zur Reform der Schuldenbremse, für die wir in dieser Regierung leider aktuell keine Mehrheit sehen. Es gäbe viele Instrumente unterhalb der Reform der Schuldenbremse, die mit Zweidrittelmehrheit durch Bundestag und Bundesrat, also wir brauchen nicht nur die FDP, sondern auch die CDU und CSU. Ich bin ziemlich sicher, nach der nächsten Bundestagswahl wird es in diesen beiden Fraktionen auch anders betrachtet als jetzt. Das bräuchten wir, aber es gibt Instrumente unterhalb, um zum Beispiel mit Blick auf die Ukraine, die unterstützen wir ja nicht nur militärisch, sondern auch humanitär und wirtschaftlich und daran hängt die Freiheit und die Demokratie in Europa. Das ist meine tiefste Überzeugung. Und darum gibt es, genau wie beim Klimaschutz, zusätzliche Investitionen dort, langfristige Investitionen zu sagen, an die Wirtschaft für Investitionen. Das ist wichtig und das geht unter den jetzigen Rahmenbedingungen der Einhaltung der Schuldenbremse nicht. Und darum war die Schuldenbremse damals gut und in ihrer heutigen Form ist sie jetzt schädlich für die Menschen in diesem Land und für die Zukunft dieses Landes. Herr Dr. Bartsch, Frau Hagedorn sagt jetzt gerade, sie brauche die CDU und CSU. Ich denke, Ihre Wählerinnen und Wähler sagen, die Linke wird jetzt auch besonders gebraucht. Wie stehen Sie dazu, zu der Schuldenbremse? Ach, wissen Sie, über die Linke und Ihre Probleme reden wir jetzt mal nicht, weil das würde den Rahmen hier sprengen. Aber ich will zur Schuldenbremse Folgendes sagen. Erstens, jede Veränderung bedarf einer Zweidrittelmehrheit. Und eine Zweidrittelmehrheit ist absolut nicht in Sicht, wenn dann nach der nächsten Bundestagswahl, im Übrigen auch im Bundesrat. Das ist die erste Bemerkung. Die zweite Bemerkung ist, wenn die Schuldenbremse so toll ist, dann frage ich mich, wieso über 90 Prozent der Länder dieser Welt keine Schuldenbremse haben. Und wir finden die gut und wir finden die geil. Ich will zumindest die Frage stellen. Bei uns wird ja suggeriert, wer gegen die Schuldenbremse ist, der ist für die Aufnahme von ganz viel Schulden. Der will das Land ans Ende bringen. Das ist Unsinn. Ich habe damals aus Überzeugung dagegen gestimmt und finde auch heute, dass es dringend einer Reform dieser Schuldenbremse bedarf. Denn wir sind uns ja einig, dass zum Beispiel die Sicherheit Deutschlands, darum geht es nicht. Aber wenn ich mir überlege, dass Milliarden in Afghanistan versenkt worden sind, Milliarden in Mali, das ist genau das Geld, wo wir anders agieren könnten. Darum geht der Streit. Der Streit um die Schuldenbremse ist zu einem Symbol geworden. Es wird nach der nächsten Bundestagswahl eine Modifizierung geben. Da bin ich sehr sicher. Aber jetzt nicht. Jetzt ist es eine Wahlkampfauseinandersetzung. Ich habe das von Anfang an falsch gefunden, weil ich sehe, wie gesagt, über 90 Prozent der Länder dieser Welt haben keine Schuldenbremse. Und komischerweise geht das. Es ging im Übrigen auch bis dahin. Und wir hatten auch Haushalte, wo es keine Neuverschuldung gab. Das hat natürlich Ursachen, die sehr, sehr vielfältiger Natur sind. Ja, Herr Habst, die FDP-Fraktion, das passt ja jetzt gerade sehr gut, ist ja eher ein Verteidiger der Schuldenbremse. Es ist ja fast so, als wenn wir sie richtig jetzt hier platziert haben. Wie ist Ihre Position? Ja, es ist ja schön, dass man Unterschiede sieht. Ich glaube, davon lebt Politik, dass man verschiedene Positionen hat. Und der Kollege Bartsch hat gesagt, dass die Länder, die keine Schuldenbremse haben, dass es denen allen besser geht. Ich glaube, wenn man sich die Länder wirklich anguckt, die Schuldenregeln haben, die haben in der Regel mehr Wohlstand, die haben mehr Investitionen und die haben weniger Zinslasten. Denn was die Schuldenbremse im Bund bedeutet, jeder denkt oder viele denken, jetzt darf man sich gar nicht verschulden. Das ist ja gar nicht der Fall. Der Bund darf sich verschulden im Rahmen dessen, was die Schuldenbremse vorgibt. Und diese Schulden gibt es auch nicht für umsonst. Die kosten richtig Geld. Wir haben in diesem Jahr Zinslasten von 37 Milliarden Euro. Um das mal greifbar zu machen, der Haushalt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung liegt bei ungefähr 22 Milliarden. Das heißt, wir zahlen an Gläubiger mehr Geld für Zinsen, als wir insgesamt als Bund für Bildung und Forschung in Deutschland ausgeben. Und ich halte das für unklug. Ich glaube, wir müssen die Zinslasten runterbringen, damit wir dort rein investieren können, wovon die Zukunft dieses Landes abhängt. Und wir können uns nicht hemmungslos verschulden und einfach sagen, kommende Generationen sollen damit klarkommen. Sollen die doch gucken, wie sie die Zinslasten irgendwie wegbekommen, wie sie die Tilgung bewältigen. Das ist doch eine verantwortungslose Politik. Jeder im privaten Bereich würde sich so nie verhalten. Und ich finde, der Staat sollte sich so verhalten, so verantwortungsvoll, wie jede Privatperson, jeder Privathaushalt das auch macht. Wenn man beispielsweise ein Haus kauft, dann überlegt man sich auch, was kann ich mir leisten, was kann ich tilgen. Welche Zinsen kann ich zahlen. Und dann passt man sein eigenes Verhalten an. Und ich glaube, das ist eine verantwortungsvolle Position. Herr Böhringer, Ihre Position? Ja, danke. Ich möchte auch noch mal anknüpfen an das, was zum Teil hier schon gesagt wurde. Meine Damen und Herren, wenn Sie hier hören, Worte wie Modifikation oder Reform der Schuldenbremse, dann lesen Sie raus, Abschaffung. Es ist völlig eindeutig, sie wird kalt oder peu a peu salamimäßig abgeschafft. Das ist völlig eindeutig in allen politischen Debatten, auch im Plenum, die ja permanent über diese Frage geführt werden. Aber auch da kann ich mich zunächst nur anschließen, verschiedenen Vorrednern. It comes at a price. Es kostet, wenn der Bund alleine 1,5 bis 1,6 Billionen Schulden hat und bei 4% Zinsen zurzeit, dann sind Sie schon bei über 60 Milliarden Grundlast an Zinsen jedes Jahr, die überflüssig sind, die eine Strafe sind für früheres Fehlverhalten. Und dieses Fehlverhalten war eben der Gestalt, dass es noch nicht einmal die kainzianische Grundbedingung abfüllt wurde, dass man Schulden für Investitionen aufnehmen soll, sondern sie werden in aller Regel für konsumtive Zwecke aufgenommen. Das wurde ja eben von meiner Vorrednerin sogar schon völlig zu Recht gesagt. Es war so, es ist so und es wird leider in diesem Haus auch immer so sein. Und aus dem Grund ist ein grundsätzlicher Stopp an dieser Stelle richtig. Und ich erinnere daran, als 2009 die Schuldenbremse eingeführt wurde, war es ja noch nicht einmal, wie die meisten Menschen denken, ein ausgeglichener Haushalt und die Vorgabe. Wir haben im Artikel 115 Grundgesetz und im Ausführungsgesetz dazu eindeutig stehen, dass es eine Grundsockel gibt an Schulden, 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, der immer gemacht werden darf. Da sind wir heute schon bei über 17, 18 Milliarden, die auch voll ausgeschöpft werden, auch wieder im aktuellen 25er Haushalt, den wir gerade diskutieren. Und es gibt eine Konjunkturkomponente, die dieser etwas verqueren, kainzianischen, uralten Logik folgt, die auch, wenn sie schon 90 Jahre alt ist, am Ende nicht unumstritten ist, dass man Schulden macht, nur damit man irgendwie investieren kann. Okay, wenn es denn so wäre, vielleicht, es ist aber nicht so. Ja, und deshalb sehen wir keine andere Möglichkeit, als an der Schuldenbremse festzuhalten. Für uns auf der Ausgabenseite geht es schon auch darum, dass vieles kaschiert werden kann durch so viele Einnahmen. Wir würden viel lieber auf der Sparseite anfangen. Das setzt aber Transparenz voraus. Und vielleicht kommen wir in einer weiteren Runde nachher noch drauf, die Bereiche, in denen wir keine Transparenz sehen im Bundeshaushalt, sind die vielen, vielen Pauschalzahlungen an internationale Organisationen, für die niemand Rechenschaft ablegt. Auch die Zahlungen an die EU, das Europaparlament kontrolliert das nicht. Die Sonderschulden über europäische, riesige Sonderschuldenvermögen, auch über deutsche Sondervermögen, wie sie inzwischen heißen, über die Programme, die rein projektbezogen tausende von Programmen in einem Haushaltsposition zusammenfassen, im Kulturbereich, im außenpolitischen Bereich, im Entwicklungsbereich. Da sind überall Dinge, wo ganz sicher gespart werden kann. Und unser Problem auch als Opposition ist, dass wir nicht in alle Programme reinschauen können. Also Sparen muss vor Verschuldung gehen. Klares Credo. Herr Dr. Schäfer, wie ist Ihre Position für die Grünen? Wir setzen uns ein für ein Land, das einfach funktioniert. Als Bürgerinnen und Bürger haben Sie den völlig berechtigten Anspruch, wenn Sie dem Staat gegenübertreten, im Bürgeramt zum Beispiel, dass Sie schnell einen Termin bekommen, dass Sie manche Dinge digital abwickeln können. Unsere Kinder haben den berechtigten Anspruch, auf Schultoiletten zu gehen, die nicht furchtbar eklig sind. Die haben Anrecht auf ordentliche Schulgebäude, auf gute Lehrerinnen und Lehrer, auf gute Erzieherinnen und Erzieher. Und wir wollen, dass die Bahn pünktlich fährt. Wir haben in unserem Land gerade große Investitionsrückstände. Investitionsrückstände, die kann man auf große Milliardenbeträge beziffern. Und da müssen wir was dagegen tun. Weil am Ende hängt da auch das Wachstum unserer Wirtschaft dran. Und deshalb setzen sich zum Beispiel die großen Wirtschaftsverbände, die großen Gewerkschaftsverbände in unserem Land dafür ein, dass wir Investitionsgesellschaften umsetzen. Das ist eine Umgehung der Schuldenbremse, die da gefordert wird. Weil die Schuldenbremse, wie wir sie jetzt haben, eben zu stark greift. Gleichzeitig, ich habe das angesprochen, ist es wichtig, dass sich Politik selbst bindet, dass wir uns nicht entgrenzen bei den Ausgaben. Und Dietmar Bartsch hat es völlig richtig gesagt, die Gegner, die sich immer gegen die Reform der Schuldenbremse aussprechen, suggerieren eben, dass dann Verschuldung entgrenzt wird. Das wird aber nicht stattfinden, wenn wir diese Reform klug durchführen. Ich will aber auch noch was sagen über die Einnahmenseite. Wir haben im Steuersystem viele Ungerechtigkeiten und viele falsche Anreize, zum Beispiel für umweltschädliches Verhalten, die sogenannten umweltschädlichen Subventionen. Da sollten wir auf alle Fälle ran. Wir haben aber auch eine extreme Vermögensungleichheit. Die G20, also die 20 wirtschaftsstärksten Länder der Welt, diskutieren zurzeit über eine Milliardärssteuer. Das wird die allermeisten von Ihnen wahrscheinlich nicht treffen, mich selbst bedauerlicherweise auch nicht. Wir würden damit dem Wachstum auf der Welt keinen Schaden zufügen, könnten aber Mittel heben, zum Beispiel, wenn wir zwei Prozent von diesen Milliardenvermögen jedes Jahr da als zusätzliche Steuer umsetzen, um die Infrastruktur nicht nur bei uns, sondern auch in anderen Ländern wesentlich zu verbessern. Also wir dürfen nicht nur über die Schuldenbremse sprechen, sondern es geht auch darum, über faire Reformen bei den Steuern zu sprechen. Herr Faller. Ja, Schulden haben natürlich die blöde Eigenschaft, dass sie irgendwann mal wieder zurückgezahlt werden müssen. Und das müssen wir, das müssen unsere Kinder, unsere Enkelkinder, unsere Urenkelkinder dann entsprechend leisten. Und Schulden haben die blöde Eigenschaft, dass man dafür Zinsen bezahlen muss. Und wir haben es eben gehört, 38 Milliarden Euro, nur jetzt im kommenden Jahr. So, und das engt natürlich Handlungsspielräume ein für künftige Regierungen, für künftige Generationen. Und deswegen ist das, was 2008 gemacht wurde, diese Schuldenbremse einzuführen, richtig. Und sie ist auch richtig gut eingeführt worden, weil sie nämlich eine Flexibilität in sich hat. Die Konjunkturkomponente, sie ist ja angesprochen worden. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt keine Schulden machen können. Also der nächste Bundeshaushalt sieht ungefähr eine Neuverschuldung von 50 Milliarden Euro vor, was innerhalb der Schuldenbremse möglich ist. Das ist viel Geld. Und da gibt es eine Flexibilität. Und da braucht in meinen Augen auch nichts reformiert zu werden. Wir müssen mit dem Geld auskommen, was wir zur Verfügung haben. Und zur Einnahmeseite muss ich sagen, wir haben genügend Einnahmen. Und übrigens Wirtschaftswachstum, jedes Prozent Wirtschaftswachstum fördert auch mehr Einnahmen, rund 10 Milliarden Euro. Deswegen ist darauf die Perspektive zu legen. Und ansonsten gilt es, Prioritäten zu setzen. Wir können uns halt nicht alles leisten. Wenn ich mir ein neues Auto kaufe, dann kann ich natürlich alles mit Schickimicki ausstatten, Sonnendach und keine Ahnung was alles. Oder ich muss halt schauen, wo kann ich sparen? Oder was ist mir wichtig? Sicherheit ist mir wichtig in dem Auto. Dass ich von A nach B vernünftig komme, dass ich günstig von A nach B komme. Aber allen Schickimicki braucht man nicht. Also was nice to have ist, muss nicht alles sein, sondern wir müssen mit dem Geld auskommen, was wir tatsächlich zur Verfügung haben. Ja, Frau Hagedorn, meine Herren, ich muss jetzt schon so ein bisschen auf die Uhr gucken. Wir hatten uns jetzt so ein bisschen auf das Thema Schuldenbremse eingelassen. Daraus ergeben sich natürlich eine Reihe weiterer Fragen. Wenn ich jetzt so schon allmählich die Schlussrunde einleite, niemand von uns weiß ja, wie sich der nächste, der 20. Deutsche Bundestag in seiner parlamentarischen Mehrheit zusammensetzen wird. Wie auch immer, das werden wir ja alle zusammen sehen im nächsten Jahr. Aber deswegen verändern sich ja Positionen der einzelnen Fraktionen nicht, auch wenn es nachher andere parlamentarische Mehrheiten gibt. Sie, Frau Hagedorn, haben jetzt eben den Kopf geschüttelt, als Herr Böhringer Sie sagten, das ist eine faktische Aussetzung der Schuldenbremse. Damit sind Sie ja jetzt offenbar nicht einverstanden mit der Position. Wie sieht es aus? Was ist die Strategie jetzt für die SPD fürs Weitere mit der Schuldenbremse? Sie haben von der Reform gesagt, dass Sie dann noch mal abschließend zwei Sätze zu sagen und die übrigen Herren dann noch mal aus der Position. Ja, ich habe ganz klar gesagt, dass die Sozialdemokraten für die Reform der Schuldenbremse sind, für die wir eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und im Bundesrat bräuchten, die wir nicht haben. Und ich habe hier vorhin auch schon prognostiziert, dass nach der nächsten Bundestagswahl auch die demokratischen Fraktionen, die jetzt gegen die Reform der Schuldenbremse sind, ihre Meinung dazu verändern werden, um zu den Mehrheiten zu kommen. Woher nehme ich diese Annahme, die Sie natürlich vehement bestreiten werden, ist ja logisch. Helge Braun ist unser Haushaltsausschussvorsitzender, den ich hier heute vertreten darf. Und der war unter Angela Merkel Kanzleramtschef. Und da hat im Januar, glaube ich, oder Februar 2021, also vor der letzten Bundestagswahl, in einem großen Namensartikel schon für ein Nachdenken über eine Reform der Schuldenbremse, nicht über eine Abschaffung, über eine Reform der Schuldenbremse laut nachgedacht. Er ist damals nicht von den Sozialdemokraten und Grünen zurückgepfiffen worden, sondern von seinen eigenen Leuten. Es war ein Tabuthema. Und Friedrich Merz möchte es bis zur nächsten Bundestagswahl noch wie eine Monstranz vor sich her tragen. Fakt, jetzt kommt ein Fakt. Haushälter sind ja Freunde von Fakten. Fakt ist aber, dass die Bundesrepublik Deutschland aktuell, die Schulden werden im Verhältnis zum BIP, zum Bruttoinlandsprodukt, gemessen. Und wir liegen aktuell bei 62,9 Prozent. Das ist 2,9 Prozent über dem, was angestrebt wird in Europa. Aber alle anderen G7-Staaten haben eine deutlich höhere, um sie ins Verhältnis zu setzen. Wir sind bei 62,9 Prozent, die wirtschaftsstärksten Nationen in der Welt. haben alle eine Verschuldung von über 100 Prozent des BIP. Die USA liegen bei 122,5 Prozent ungefähr. Großbritannien ist auch bei über 100 und sind die, die am wenigsten verschuldet sind nach uns. Das heißt, in dieser Situation ist es für die Finanzstabilität unseres Landes überhaupt nicht erforderlich, dass wir uns an diese 60 Prozent klammern, sondern es ist erforderlich, dass wir das Geld langfristig bereitstellen, auf die Wirtschaft, auf das auch zum Beispiel in unserer geopolitischen Situation, auf die die Welt wartet, dass wir Zusagen treffen können. Das können wir in diesen erforderlichen Maßnahmen nicht. Und die Sozialdemokraten werden alles dafür tun, dass nicht der Rotstift zur Gegenfinanzierung im sozialen Bereich angesetzt wird. Und vor dem Hintergrund, diese Koalition hat sich versprochen, die Schuldenbremse einzuhalten und die Steuern nicht zu erhöhen. Das war allerdings 81 Tage vor Ausbruch des Ukraine-Krieges, also des Überfuhrs Putins auf die Ukraine. Und das hat alles verändert. Und wir mussten Milliarden in die Hand nehmen, um zum Beispiel dafür zu sorgen, dass im darauffolgenden Winter bei den Menschen es nicht kalt in der Wohnung wurde. Wir haben die Menschen, wir haben die Wirtschaft unterstützt mit Milliarden. Das war nicht geplant. Und dann haben wir noch ein Verfassungsgerichtsurteil kassiert, was den KTF, den Krisen- und Transformationsfonds, den Klima- und Transformationsfonds geplündert hat. Das ist angesichts des Klimawandels in der Welt unverantwortlich. Und in der Regel ist es so, Prävention ist billiger als Reparieren. Und darum auch aus fiskalischen Gründen wäre es erforderlich, jetzt die Investitionen zu tätigen, bevor wir das ganze Geld in die Hand nehmen, um schauen Sie ins Ahrtal, hinterher die Katastrophen zu dämpfen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Dr. Bartsch. Also ich versuche es kurz zu machen. Ich bin erstens sicher, dass nach der nächsten Bundestagswahl die derzeitige Form der Schuldenbremse reformiert werden wird. Und da wird auch die andere ganz große Partei verdammt gerne mitmachen. Das wird so sein, weil es erforderlich ist. Weil es geht aktuell nicht um Schickimicki, es geht um die Handlungsfähigkeit des Staates. Und wir sehen, dass wir dort in einem wirklichen Rückstand geraten sind. Und da geht es nicht nur um Brückenschulen, was hier schon genannt worden ist, sondern um viele Punkte. Bei der jetzigen Schuldenbremse, ich will das auch sagen, Es gehört mit zur Wahrheit, dass natürlich auch über die verbrieften 0,35 Prozent, natürlich kann sie immer in einer besonderen Situation, ich sage mal in Anführungsstrichen, ausgesetzt werden, damit es verständlich ist. Das ist ja im Übrigen in der Pandemie passiert. Deshalb, ich glaube, dass wir wegkommen müssen von dieser Denke. Jeder, der überhaupt über die Schuldenbremse und deren Veränderung nachdenkt, ist einer, der Schulden machen will. Großer Unsinn. Wir müssen bei Ausgaben schauen, was ist nicht nötig. Wir müssen bei Einnahmen schauen, dass wirklich der Zusammenhalt des Landes gewährleistet ist. Und wir dürfen nicht diesen Fetisch der Schuldenbremse ganz weit oben tragen. Der ist nämlich aus meiner Sicht real Unsinn. Auch schon jetzt wäre es möglich, Milliarden, und das hat diese Koalition in dem Fall zurecht gemacht, bei der Pandemie an Schulden aufzunehmen. Ja, ich finde, die Schuldenbremse ist sehr, sehr klug gemacht, weil sie nicht nur die Handlungsfähigkeit der Regierungen, auch der Folgeregierung schützt, sondern eben auch kommende Generationen vor Schuldenbergen, die dann unter Zinslasten zusammenbrechen. Und ich sage mal so, ich gebe doch lieber die Milliarde für Bildung, für Verkehrsinfrastruktur, für Digitalisierung, für Steuersenkung aus, als dass ich sie einem Gläubiger in den Rachen werfe. Das ist doch eigentlich logisch, dass ich lieber etwas Sinnvolles damit tue, anstatt Gläubiger zu bezahlen, die uns Geld leihen. Das mache ich da im Privaten genauso. Und wenn ich nochmal eine zweite Dimension mit heranführen darf, das ist die Eurozone. Wir sind das größte Land in der Eurozone. Wenn wir sagen, Schuldenregeln gelten für uns nicht mehr, wir nehmen so viele Schulden auf, wie wir wollen, dann habe ich einen ungefähren Eindruck, was unsere Kollegen etwas südlicher darüber denken, was vielleicht Franzosen, Italiener, Spanier denken, und dann war das, was wir in Griechenland erlebt haben, dann war das ein Mini-Waldbrand gegen das Flächenfeuer, was wir dann erleben werden. Da bin ich mir sehr sicher, da wird es den Euro nicht mehr geben. Wir werden eine Wirtschafts- und Finanzkrise bekommen, die sich sowas von gewaschen hat, dass der Wohlstand in ganz Europa gefährdet ist. Deshalb ist es klug, an der Schuldenbremse festzuhalten und kommende Generationen zu schützen und die Handlungsfähigkeit kommender Regierungen zu gewähren. Ja, Herr Böhringer. Ja, wir haben ja jetzt fast die ganze Zeit über den Artikel 115, die Schuldenbremse, gesprochen, aber nicht über den zweiten Absatz des Artikel 115, den ich doch in Erinnerung nochmal erhoffen will. Das ist die Ausnahme, die haushalterische Notsituation, die 2009 tatsächlich schon ins Grundgesetz geschrieben wurde. Und das ist ja nicht nur akademisch, sondern seit 2020 massiv realpolitisch geworden. Schon die Merkel-Spahn-Regierung, ich sage bewusst Merkel-Spahn-Regierung, 2020 hat zweimal diesen Haushalts-Notsituation wegen Corona ausgerufen, wie wir heute wissen, auf Basis einer Lüge. Es war ganz viel verlogen. Das RKI war kein Sachverständiger und darauf beruhten die gesamten politischen und auch die juristischen Einschätzungen. Aber ich will hier das Thema nicht sprengen. Es war jedenfalls eine Lüge, die Hunderte Milliarden befreit hat, schon in den zwei Nachtragshaushalten 2020. Das Gleiche ist immer noch unter Merkel 2021 passiert. Das Gleiche ist dann unter der Ampel in den Nachträgen 2021, 2022, 2023 passiert. Ich behaupte, auch 2024 wurde immer noch faktisch diese Notsituation gespielt. Und 2025 wird sie diskutiert. Herr Habeck hat eben wie meine SPD-Vorrednerin das Gleiche schon für die Ukraine ins Spiel gebracht. Das heißt, mit verschiedenen Begründungen, Ahrtal, Corona, indirekt umgebied, mit auch Klima, CO2 und eben jetzt demnächst noch Ukraine, werden immer wieder seit fünf, sechs Jahren jetzt, nach fünf Jahren Notsituationen definiert, teilweise auf verlogener Basis und der Artikel 115.2 gezogen. Was wir also bis jetzt diskutiert haben, war eigentlich nur ein Teil der Wahrheit. Das Grundgesetz selbst zieht vor, was seit fünf Jahren hier Praxis ist in diesem Haus, Hunderte von Milliarden an ausgieglichen Haushalt vorbeizuschleusen. Sonst wäre sowohl die Vorgängerregierung als auch die jetzige meiner Meinung nach schon am Geld und an diesen Paragrafen gescheitert. Aber zum Glück gab es auch den Artikel 115.2. Eine Prognose, das ist ja eben schon geschehen, da möchte ich auch noch eine abgeben. Ich glaube, dass die SPD und der linken Kollege durchaus recht haben mit der Prognose, dass im nächsten Bundestag ein neuer Angriff versucht wird auf die Schuldenbremse des Artikel 115. Bin dann mal gespannt, was eine CDU-geführte Regierung an der Stelle macht. Aber der Kollege kann es ja gleich apodiktisch ausschließen. Dann sind wir an der Stelle auf der sicheren Seite. Vielen Dank. Herr Dr. Schäfer. Ich will noch mal darauf zurückkommen, für wen wir hier am Ende Verantwortung tragen und was unsere Aufgabe ist. Wir vertreten das ganze deutsche Volk hier im Deutschen Bundestag und müssen Regeln und Gesetze finden, die das Zusammenleben in unserem Land ermöglichen und möglichst erfolgreich machen. Und da hat sich Wirklichkeit seit 2009, seit der Einführung der Schuldenbremse, eben erheblich verändert. Und deshalb können auch Fraktionen, und aus meiner Sicht müssen sie das sogar, wenn sich die Fakten ändern, ihre Positionen ändern. Deshalb ist es überhaupt nicht ehrenrührig, wenn man in der Politik auch bei einer veränderten Wirklichkeit die Position verändert. Und wenn wir uns einbetonieren in irgendwelchen Glaubensgrundsätzen, dann kommen wir damit nicht weiter. Wir müssen mit der Welt umgehen, wie wir sie vorfinden und nicht so, wie wir sie uns vielleicht wünschen würden. Ich würde mir wünschen, dass der Krieg in der Ukraine jetzt endet, dass ab jetzt Waffenstillstand ist. Das passiert aber leider nicht. Wir müssen was dafür tun, dass sich Wirklichkeit dann wieder verändert. Und deshalb, glaube ich, geht es eben um eine Reform der Schuldenbremse. Die Länderhaushalte sind davon noch viel stärker betroffen. Aus den Verhandlungen damals ist entstanden, dass die Länder überhaupt keine Schulden aufnehmen müssen. Mittlerweile ist es unisono über alle Parteigrenzen hinweg ein anderer Tenor. Der Berliner Bürgermeister CDU spricht sich da regelmäßig für eine Veränderung bei der Schuldenbremse aus. Aber nicht nur der, auch der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt und der von Nordrhein-Westfalen, alle CDU. Also da ändern sich Perspektiven, wenn man eben Verantwortung trägt für dieses Land. Und wir müssen am Ende gemeinsam Lösungen finden, die zukünftige Generationen nicht übermäßig belasten, sondern die eine gute Zukunft für unser Land, zu einer guten Zukunft für unser Land führen. Und dazu gehört eine Reform der Schuldenbremse ohne eine Entgrenzung von Verschuldung. Ja, Herr Pfeiler, Herr Böhringer attestiert schon mal so präsumtiv Regierungsbeteiligung der Unionsfraktion. Da bin ich jetzt gespannt auf Ihr Schlussstatement. Also erstmal vielen Dank, Herr Böhringer, dass Sie die Notfallklausel der Schuldenbremse, beziehungsweise das Artikel 115 noch mal erläutert haben. Das ist tatsächlich so. Und das ist noch mal ein Grund, zu sagen, die Schuldenbremse, so wie sie jetzt im Grundgesetz verankert ist, ist gut gewählt, einmal die Flexibilität und die Möglichkeit, im Notfall tatsächlich zu handeln. Und was ein Notfall ist, das entscheiden nicht Sie, sondern das entscheiden wir alle als Parlament gemeinsam. So, und deswegen ist das, was Sie da geäußert haben, zu Corona und anderen Dingen, Ihre persönliche Meinung, die Meinung Ihrer Partei, aber nicht die Meinung der überwiegenden Mehrheit dieses Hauses. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, der Kollege der FDP hat es angesprochen, wir hatten keine Euro-Krise, sondern wir hatten eine Staatsschuldenkrise. Und deswegen ist es wichtig, dass wir bei diesen besagten 60 Prozent bleiben, nicht immer mehr Schulden machen, sondern als, ich sage mal, gutes Vorbild innerhalb der Euro-Zone vorangehen. Weil ansonsten passiert das, was wir mit Griechenland schon einmal gehabt haben. Und nochmal, wir haben genügend Flexibilität in der ganzen Geschichte. Eben ist es noch angesprochen worden, was die Bundesländer betrifft. Und ja, auch in meiner Partei gibt es Ministerpräsidenten, die sich eine Reformierung vorstellen können. Und da muss ich sagen, auch in den Ländern gibt es bestimmte Flexibilitätsmöglichkeiten. Und auch dort muss geschaut werden, wie komme ich mit dem Geld, was ich zur Verfügung habe, zurecht. So, und das wird mit Sicherheit eine Diskussion geben. Aber die klare Ansage, die wurde ja eben auch gefordert, der CDU-CSU-Bundestagsfraktion ist, die Schuldenbremse bleibt so bestehen, wie sie jetzt im Grundgesetz verankert ist. Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren Abgeordneten, ich darf dann diese sehr spannende Podiumsdiskussion beenden. und darf ein Wort von Ihnen, Frau Hagedorn, aufgreifen, das Sie eben haben gegeben. Sie haben davon gesprochen, Haushalter lieben Fakten. Und ich denke, da sind sich Ihre parlamentarischen Kollegen alle einig in der Frage. Und ich darf das dann auch ins Publikum transportieren, dass das, was Sie gesehen haben, hier partei- und fraktionsübergreifend, durchaus eine spannende, konstruktive Debatte war, wo Gegensätze deutlich wurden, wo aber auch Übereinstimmungen deutlich werden. Und Sie können sicher sein, wenn weiterhin mit diesem Sachverstand pragmatisch gearbeitet wird, dass aus jeder Sicht das Beste für uns alle dabei rauskommt. Vielen Dank, Frau Hagedorn, meine Herren. Ich wünsche Ihnen allen für Ihre parlamentarische Zukunft alles Gute. Vielen Dank.